Der People Award 2011 in der Kategorie Champion geht an den Leiter des Instituts für Computational Science am Departement Informatik der ETH Zürich und Direktor von Disney Research Zürich, Professor Dr. Markus Groß. Mein Name ist Markus Groß. Ich bin seit 17 Jahren Professor an der ETH Zürich im Departement Informatik. Seit drei Jahren bin ich auch Direktor von Disney Research Zürich. Mein beruflicher Werdegang war bisher durchweg akademisch. Ein großer Meilenstein war die Berufung an die ETH Zürich damals. Das war ein sehr großes Ereignis und ein großer Erfolg. Ein anderer Meilenstein meiner Karriere war dann eben die Gründung des Walt Disney Forschungslabors hier in Zürich vor drei Jahren. Für uns als kleines Land ohne natürliche Ressourcen ist es unbedingt wichtig, dass wir uns auf unsere Kreativität, Innovationskraft und Qualität berufen. Ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Das muss eine große Vision sein für uns. Ich muss dazu sagen, dass dieser Preis für mich sehr überraschend kam. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich glaube, insofern ist das eine sehr, sehr schöne Anerkennung meiner Arbeit über all die Jahre. Das freut mich unheimlich.